ich hole heute was genau und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich bin's wieder Felix Kogler und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und ja ich hoffe dass dieses video riad und admin sehen werden weil und euch da draußen alle auch dass ihr das alle sehen werdet weil um 15 uhr bis 16 uhr kommt ein live stream auf diesem kanal auf diesem hier und ja seid auf jeden fall dabei weil es wird sicher gut ich ich vlog vielleicht so einen tag oder so keine ahnung auf jeden fall ja keine ahnung was ich da mache auf jeden fall vielleicht vlog ich oder so live stream oder so ja und grüßen werde ich auch zwei die ich in diesem video auch grüße und zwar riad und admin folgt den beiden auch auf instagram oder auf in fordnet oder so ja auf jeden fall abonniert mich um 18 glocke und ja ich zeige euch noch mein zimmer so eigentlich eine kleine room so und so aber in vorn gibt es die 5 sekunden challenge 5 sekunden abonnieren challenge 5 4 3 2 1 0 wenn du jetzt nicht abonniert hast dann mache ich es jetzt weil jetzt starte ich mit der room tour so hier fangen wir gleich mal an hier bei der tür warte wir gehen ich gehe hier in mein zimmer rein hier ist nicht hat da ich drehen mal auf ja das ist mein zimmer und ja wie man sich hier sehen kann ich bin ein sehr großer lego fan ich liebe lego über alles hier die ganzen anleitung hier noch so hier war mal ein alter traktor von mir aber den ist der ist irgendwo runter gefahren und dann ja und das habe ich habe mein vater gebaut das war's eigentlich von der juni und ja ich muss noch kurz dicht abdrehen ich fühle mich hier nicht und ja ja jetzt eigentlich noch zu erzählen ja panorama panorama ausblick alle hier von panorama ausblick guck guck mal das soll es mit dem video gewesen sein abonniert mich und aktiviert die glocke damit ihr jeden tag wenn ein neues video veröffentlicht wird benachrichtigung bekommt müsst ihr einfach nur auf dem unten hier unten bei diesem video hier unten bei diesem video hier hier müsst ihr auf den roten abonnieren knopf drücken und dann habt ihr mich schon eigentlich abonniert aber naja das soll es eigentlich von diesem video gewesen sein aber naja naja was soll ich noch sagen ja ich grüße auf jeden fall noch einmal ried und admin naja ried aus der drei an und admin aus der 3a auf jeden fall um 15 uhr konnten neue konten live streams seid dabei tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.